Rienkoller und Aschetrack ist online. Jetzt schon oder was ist online? Wie ist jetzt schon online oder was? Komm wir haben eh Zeit zu überbrücken. Wie warum ist es jetzt schon online? Haben die so früher rausgehauen einen auf oder was? Was macht denn da der böse Pi schon oder? Kollege Asse. Vor einem Monat, vor zwei Monaten, vor 20 Minuten. Hier wird scharf geschossen. Kugeln in die Körper deiner Art Genossen. Rapper machen Pop, aber die Straßenbosse. Schlagen wieder Welle wie ne Walfischflosse. Haar abgesotten, aber mittlerweile muss ich bei dem Markt gekotzen. Jeder Nagel rostet. Aber Kollege, der Boss hat immer noch genug ein Härte. Dazu penner Rapper. Kugeln in den Tag rein, Boxen nicht buggeln. Klack im Designer-Handpacks für die Kunden. Verpacken in meine Bands, wo die Bulle dich im Dunkeln... Sehr wild, aber... Sehr wild, aber... Kommt es mir grad so vor oder ist da auch irgendwas mit der Qualität? Was... Ha? Was war das gerade? Irgendwas... Gott. Hier wird scharf geschossen. Kugeln in die Körper deiner Art Genossen. Rapper machen Pop, aber die Strassen bosse. Schlagen wieder Welle wie ne Walfischflosse. Hartgesotten, aber mittlerweile muss ich bei dem Markt gekotzen. Jeder Nagel rostet. Aber Kollege, der Boss hat immer noch genug ein Härte, dazu penner Rapper, Stück in die Hinshark reinboxen. Ich buggel den Klack im Designer-Handpacks für die Kunden. Verpacken in meinen Berns, wo die Bulle dich im Dunkeln ertappe,... okay stark also fängt auf jeden fall direkt an mit 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 double time spitting interessant ich finde die video kulisse ein bisschen cringe also ich mag das allgemein nicht wenn an solchen orten so dieses grün so das deutsche schloss kennst du das müsste so nach kolumbien aussehen das ist so ein bisschen so das ist das sieht mir einfach zu sehr nach dinks aus so aber nur vom look aber auf jeden fall sehr wilder damit ein so die wurde dich im dunkel ertappe du musst den tonen verlassen und rehn und dann kommt hast du mit meiner gang und um in den taschen noch kein cent aber punkter voller waffen sowie bundeswehrstaffel kasernen camps hunderte schatten die keiner kennt doch ich stehe wieder mutter mit dem wo wir die ratten und bleibe champ wo wir die platte du weißt längst ich hab nirvendappetit wurde mit der zeit der könig der gis hatte meine finger tief mit der sache mother fucker business mit schnell verbande sowie wirbelpacker dienst größen wo du fliegst aber wenn ich wieder mal bewecke das empfiehlt er alle welle mache schwanz einziehen so wie ein transvestit was da los ne richtiger actionfilm haben wir reden ist du beatern in die kette und wirker steigert in der hunden und auf angstschweiß fließt und blutweil tropft ich treffe mit der kugel dein kopf an der kam ein killer korrado die beiden super böse ich steig habe ihn gerade wie der suicide squad cold as shit wie die frozen bitch unsere art ist gleich geld auf unseren im kopf gesetzt wie beim toten schiff richtung hat es reich bullseisch hat ich kenne ich kenne ich kenne die typen der gegenüber wo ich saß den kenne ich haben so besonderlich kennst du ihn noch ich habe doch mit kollega hier gedreht oder nicht ich habe doch mit kollega hier gedreht oder irre ich mich gerade ich habe ja meine arö ich stecke mein cash lass es liegen in der kasse denn ich habe zu frisch gib mir eine bikanacke von der straße eine schelle dann in der boge denn die fanden zerfetzt ich gucke immer so ist angeboren steigt auf den blick leider 1 zu 101 wer traut sich hab ne alte in der küche die den ganzen tag mit knappen protein pulver partikel von dem herd auf fisch guck ich wickel die bandagen um die finger esse circa sieben kilo von dem rindermedellung und hab immer noch appetit erledige die liegestütze packe meine tasche geh dann oberkörper frei mit einer mutter zum dinner gewinn der gene kommandant ich gebe befehle bedauern keine niederlage in der keter bus ich lehne wie ich gewehre zerlege statt einer lego-hakete und sollt ich dich einmal ko schlagen das erd auch nicht wer braucht dich mit verwiesen über instagram mit screenshots guck mal bitte lieber dass ihr alle schönes stream schafft aschkuba ich bin der weiße pitbull auf dem spielplatz mach mal nicht auf aber wenn du zerrissene jeans hast keine features für dich viel frage wie du glitzerin passt tatsche deinen hintermann im platz zu meiner mucke mit der fläche meiner hand er sagt du wer wo die warst bullseyshorts fulltimejobs blue line dogs will sein wichter wie der suicide score wie platonfleisch bullseyshorts so wie blue side super will sein wichter wie der suicide score bullseyshorts Läuft er da mit dem koks weg? doch ey Psychology wie du Es sieht richtig aus, als ob er Abiot gezogen hätte. Ach du Scheiße. Mann, 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 guck dir diese Sauerei hier an. Denkst du dasselbe wie ich? Typisch Toni. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Mann, Mann, guck dir diese Sauerei hier an. Denkst du dasselbe wie ich? Typisch Toni. Ah. Okay. Okay, okay, okay. Ja Leute, auf jeden Fall sehr interessantes Video an der Stelle einfach. Wer hat das gedreht? Alpha Film. Also eigene Produktionsfirma. Okay. Okay. Sehr wild. Song mäßig ist jetzt nicht so mein Ding. Also ich sag euch ehrlich, ihr wisst ja, ich bin richtiger Rap Fan. Aber für mich bedeutet, so technische Versiertheit ist nicht nur, ist für mich nicht mehr dieses, du musst schnell rappen. So, das ist für mich ein bisschen, das ist für mich sehr anstrengend geworden. Aber natürlich, wenn man das, wenn man das, wenn man darauf noch achtet, dann ist es auf jeden Fall sehr gut gewesen. Kollege in seiner Top Form, wie man ihn kennt. Und ja, nice. Und ja, Nick. Und ja, vielleicht. Und wenn man den Sinn, was man darauf achemt. Oh, und ich sage euch. Och das ist ein bisschen. Und ich sage euch. Und смотрите, wir dich.